Herzlich willkommen in meinem Studio First Pilates in Österreich, in Baden bei Wien. Mein Name ist Sandra Käfer, früher hieß ich mal Gänzel, seit neuestem frisch verheiratet und ich arbeite für The Pilates Standard, die Ausbildungsschule für Österreich. Wir werden heute euch eine Tower-Klasse aufnehmen auf Ideal Intermediate Level. Schultern ablegen, Kopf ablegen, halt hier, öffne die Schlüsselbeine. Gut, langsam wieder hoch, Kinn zur Brust, Bauchmuskeln nach innen, roll ein bisschen hoch, bis du den Schultern schaffst, hier, hier ist die Dehnung, hier die Kräftigung und wieder tief. Und nochmal, beuge die Ellenbogen und wieder zurück und wieder hoch. Gut, Schäfe, Hände nach hinten, gut und jetzt streck die Arme aus, pumpet out, Länge schaffen und schieb mal die Fersen aktiv hinein und jetzt senk die Schulterblätter, wenn die Arme streckst. Heb das Brustbein, heb trotzdem hier, Becken vor, Christian. Bitte, Schäfe, Hände nach hinten.